Jetzt haben wir wieder Totenstille, oder wie? Ja, ja, weil ich jetzt überlege, ob ich noch die Motivation aufbringen kann, mich noch mal an das Ganze einstellen zu setzen. Hm. Können wir auch das nächste Mal machen. Dann hast du da wieder Motivation. Könnten wir auch, ja. Ja, na gut, es ist schon fast fünf von daher. Vielleicht schon. Vielleicht schaffen wir das auch noch, diese Episoden, dann können wir uns ja vielleicht ein bisschen laufen lassen. Oder so. Dann haben wir nächstes Mal richtig schön viel Zeug zum Bump spielen. Ja. Oh ja. Ähm, hast du noch mehr Item Ducts? Nein, die habe ich dir alle rübergeschmissen, aber die sind saueinfach zu machen. Ich weiß. Wäre da sein können, dass du noch weich hast. Was war das? Blei und Zinn, nicht wahr? Äh. Zinn und Blei, glaube ich. Was war das? Blei und Zinn? Ja, Zinn und Blei, glaube ich. Ich habe irgendwie anders verstanden. Was war das? Da. So, ach halt. Da haben wir euch auch noch. Im ersten Dingen alle Formen von Gold und Platin und Zinn. Warum kann ich eigentlich mein Tool nicht jetzt noch einen weiteren Modifier hinzugeben? Weil die Wahrscheinlichkeit voll sind. Aber man kann ja mit dir und Block of Gold noch einen dazu machen. Ja, muss aber alles gleichzeitig sein. Wie, beides gleichzeitig? Oben und unten. Eben. Ja, hab ich ja. Steht drin. Geht nicht. Seltsam. Zeig mal her. Wir sind da Tool. Forge. Ich wollte bloß mal gucken, ob es überhaupt geht, dass ich da überhaupt mal in Ball of Moss rumkomme. Äh, mit der Peg-Ex nicht, ne. Die hat keine, ähm, Plätze dafür. Ja, aber mit meiner Ding geht's ja auch nicht mit meiner Dumple, ey. Mit was geht's dann? Ich teste mal kurz was. Oder musst du es links rein? Nee, muss es nicht. Ja, hier ist... Aber eigentlich sollte es ja funzen, ne? Ja, ich hab mir das auch rausgenommen, weil es zu OP wäre. Hey, und meine Axt? Oh, ich hab deine Axt doch. Ja, ja. Aus Versehen. Ja, wirklich aus Versehen diesmal. Diesmal. Diesmal, ja. Oh, jetzt ist ein Baum um mich rumgewachsen, ey. Das ist ja so. Schön. Sehr schön. Dann repariere ich sie eben mit Stahl. Heizack. Mit Stahl? Mhm. Die hat einen Stahlkopf, meine Picke. Achso. So, und jetzt weiter trainieren gehen. Woran denn? An Bäumen. Mein Problem ist eigentlich eher wieder, dass ich nicht weiß, wie ich an, ähm, den Research für Leben rankomme, oder, oder, damit ich anfangen kann, irgendwie Bäume zu researchen, weil ich das alles nicht hinkriege. Ähm, Leben selbst war Wasser und Erde. Hab ich ja beides schon. Okay, und das nächste war, meine Erde in Ordnung. Ja, toll. Boah, ich auch Gras. Ich, es gibt ja Gras auf normale Erde. Also, dieser Rauch geht mir auf die Nerven, ne? Welcher Rauch überhaupt? Der Rauch, wenn man rechts hier auf irgendwas gedrückt hält. Den, warum unter. Achso. Ja, auch noch manchmal, ne? Ein Kupfernickel. Ja, es ist schon seltsam, irgendwie. Mit Erd und Wasser hab ich Bördes. Was muss ich jetzt irgendwie im Samenamokan angucken, dass ich, also hier im Samenamokan angucken, dass ich das nächste krieg? Ähm, das Kombinieren im Writing Desk? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal zneu war. Aber... Ah, der Kupfer... Wo ist eigentlich die Hole of Grow? Auch in der Toolkiste. Obwohl, doch nicht. Nee, die ist hab ich hier irgendwo drin. Doch, dich eigentlich auch. Ja, die ist hier. Hä? In der Kiste, da ist sie doch. Siehst du nicht? Nee, echt nicht. Hä? Die Hole of Grow, nicht die Axe of Stream. Oh. Ups. Nee, die... Nee, die hab ich mal wieder da unten rein und irgendjemand hat sie dann genommen. Ja, wie gesagt, in der Toolkiste. Achso. Hm, okay. Ja, die ist ganz schön kaputt. Ja, einfach eine Weile lang in der Hand halten, dann ähm... Ja, ich behalte die jetzt auf der Hotbahn eine Zeit lang. Dann, dann hält sie sich ja... Dann halt sie sich ja wieder auf. Ach, keine Pfeile mehr. Mist. Äh, Pfeile auftanken. Mobfarm, danke. Ab wo läuft die eigentlich inzwischen wieder? Die läuft grad, ja. Mhm. Mit dem Bogen ja schon adapt. Ich glaub... Ich glaub das zweite hat mir jetzt automatisch, ähm... Auto Repair nochmal drauf gegeben. Doof aber wahr. Silber war das letzte, okay. Verstehe nicht. Diese extra Updates, die ignorieren die Tatsache, dass... Dass man Sachen schon hat, ne? Mhm. Ich muss es anschauen. Ja. Ja, doch, geht ziemlich schnell. Ja, doch, geht ziemlich schnell. Nein. Ähm, der Mond, der ist grad so blöd in den Blättern da oben drin. Der sieht aus wie so ein Hakenkreuz irgendwie gerade. Warte, ich helfe dir. welche? Ja. Da wird schwindelig, ey. Ach, die Tollte. Ja. Ops, das war ne Tratsch. Okay, ich hoffe nicht. Also, was wolltest du nochmal für einen Aspekt haben? Hab ich schon. Hast du schon? Okay. Ich plant's mal wieder. Eyo. Dankeschön. Aber ich glaub, Wut haben wir dann genügend. Ja. Vielleicht schon mal für ein paar Minuten. Obwohl, ich könnte ja eigentlich auch Baummühle nutzen. Wir haben ja genügend. Da haben wir mehr als genug, ja. Ja, dann mach ich das lieber mal. Bevor ich die Haut da kaputt mach. Ach, die Schwester. Na ja, so hart rannehmen. Okay, mit Baummühle dauert's ein bisschen länger. Ui, ganz viel... Todakran. Ich mach mal den... Oder willst du den großen Baum da hinten kaputt machen? Nee, ich kann ja eh nicht. Ja, stimmt, genau. Oh, mein Helm ist kaputt. Nehme ich einen neuen Helm. Einen alten Helm. Ähm, da ist die Wrench. Au. Ups. Das war zu vieles Gut. Simon? Was? Noch da? Ich bin noch hierher. Okay, wir haben gerade ein DC. Du hast schon gleich Strom. Disconnect generic reason. Sehe ich hier. Und da ist ganz viel... Java, Net, Organization, Connection, Reset, Papier, Socket, Write, Error. Okay, dann ist es was normal ist. Dann waren's wir doch nicht mit unserem Baumwahn. Ich hab mich jetzt aber stark gewundert. Ich bin mal kurz unser Telefon auflegen. Das nervt mich langsam. Alles? Telefon auflegen? Holl. Ja, Skillshare hat's gelehrt. Wieder da. Dankeschön. Und noch mehr als nachts. Aua. Der Gang hier hat schon irgendwas, finde ich. So, also unter Umständen werden wir noch fertig, ja. Sehr cool. 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 Ach ja, wie viel? Ach, haben wir es bald. 457 von 540. Was denn? Von meiner Axt. Ja, ich will sie mindestens halt auf normal haben. Ich brauche eine BDX. Oh, ich brauche ja, scheiße. Ich habe also noch mal mehr Item-Ducts, äh. Ich glaube ich habe schon Auto-Repair 2 hier drauf, meine Fresse. Das ist doch der ganze Chat, ich will mal hochscrollen. Mist, ich komme nicht mehr ran. Obwohl noch hier Adapt. Yes. Haste. Oh, geil. Plus-One-Modifier, stimmt ja doch nicht. Stimmt, ich habe jetzt das Stand, warte mal. Plus-One-Modifier, hm. Das Problem ist nur, dass ich nichts modifizieren kann. Warte mal, wenn man das jetzt machen kann, vielleicht geht das jetzt mit dem Ball of Moss. Was? Ich wollte. Haben wir da noch irgendwo einen? Ja. Ist denn noch, ja? Hier hinten in der Küste, die offen ist. Ah, okay. Sehr gut, danke. Probier mal. Kann man da gleichzeitig ran, oder? Ja. Kann man nicht. Geht so zuerst. Ja, es geht. Sehr geil. Auto-Repair. Perfekt. Na. Krampf hier hochzusteigen. Schon irgendwie witzig mit dem Skill-System, aber auch nervig. Jetzt brauche ich nochmal 540. Na, das geht ja schon an. So, irgendwie würde ich ja sehr gerne da noch irgendwas draufpacken, aber wenn er mich nicht lässt, ne? Hm, probier das mal, na, mit dem Tier und dem Gold hast du es schon probiert, ne? Ja, bei dem Ding schon, da steht doch gerade extra Modifikationsflagel und ich überlege gerade was Modifikationsflagel, der mir noch erlauben könnte. Hm. Mal Blaze-Powler testen. Geht auch nicht. Gibt's hier eigentlich sowas wie ein Filler? Ne, ohne Bildkraft nicht. Oder irgend so was ähnliches? Wüsste ich nicht, ne. Ja, was war das nochmal? Dass der uns große Flächen ausfüllt. Achso. Ach, hallo. Guten Tag. Warte mal, funktioniert das? 46 und? Ja. Hm. Das muss doch irgendwie einen besseren Weg, das Farmen zu geben. Ja, mit meinem Bogen mach ich leider nur Punkte, wenn ich einmal wirklich Gegner treffe. Hm. Da ich nicht mehr auf euch schießen kann. Hm. Da ich nicht mehr auf euch schießen kann. Oh, das ist nur das Problem, das klappen bisher. Okay. Das ist sehr nice. Einzige Problem ist, dass ich momentan das Ganze nur in eine Kiste packen kann, nämlich in die Barrels. Weil? Weil wir das Ganze erstmal ancraften müssen. Und wir haben ja auch noch einen Cyclic Assembler. Ach ja, stimmt. Ja. Das sollte ich ja machen. Puh. Ja. Wobei wir dann auch wieder einen neuen verbräuchten. Warum? Ist das nicht so? Ja. Ist das nicht so? Ein fähiges Metall. Soweit ich weiß, nicht. Cyclic Assembler hört sich schon irgendwie so an, das könnte der mehr machen. Ich weiß nicht. Ja, ich baue erstmal ein und dann mal schauen. Jo. Boah, ich hab so viel Baum, Mist. Äh, was für ein wäre, wo wir schnell hin kommen könnten, wären einmal, äh, hier das Famium. Na, dieses super, äh, class-Dingen. Na, weiß Bescheid. Naja, dauert aber alles eine ganze Weile. Bevor du irgendwas sagst. Naja, ich weiß. Naja, es ist ja auch erst fünf. Übrigens, überlege ich grad, was noch alles zusammen gehört, damit man da irgendwie... ... so zwei davon geben nämlich jetzt hier genau... ... so zwei davon, geben nämlich jetzt hier genau... Genau. Haben jetzt den Pearls eigentlich schon roher verlegt? Ne, ne? Doch, okay. Mh, ein paar. Nicht viele, nur für die oberste Reihe. Wir haben keinen Iron mehr. Eigentlich hab ich da noch mehr als genug von. Aber es ist eben alles nicht bereit. Wusste ja alles Stahl werden. Mh, okay. Ich hab noch ein bisschen was gefunden. Okay. Ah, jetzt brauch ich Glas. Oh, nervig. Sonst haben wir doch hier immer noch diesen Fortune Hammer irgendwo rumliegen. Oder etwa nicht. Ach so, ja genau. Ist ja Werkzeug. Ach so, ja genau. Vielen Dank.